hallo und willkommen auf meinem kanal in diesem video zeige ich dir die update neuerungen die seit dem 22 12 2021 bei folie share zur verfügung stehen folie share ist ein online tool mit dem du dein portfolio trecken kannst folie share ist dabei bei einem depot komplett kostenlos wenn du mehrere depots verwalten möchtest kannst du folie share plus buchen ab 4,99 euro pro monat das design von folie share wurde vollkommen überarbeitet und kommt jetzt in einem modernen dark mode daher dein portfolio ist es übersichtlich auf eine überblickseite zusammengefasst du musst nicht mehr zwischen mehreren reitern wechseln um die wichtigsten daten zu sehen auf der überblickseite siehst du die wertentwicklung deines depots den performance verlauf deine positionen den dividenden verlauf die performance ihr zeitbereich sowie die wertsteigerung ihr zeitbereich die länder verteilung deiner assets und die sektoren verteilung neu ist auch das folie share zu einer pwa app umgebaut worden ist das heißt du kannst folie share jetzt direkt aus der website heraus auf deinem pc oder smartphone als app installieren drücke dazu im browser einfach auf app installieren apple geräte unterstützen diese funktion leider nicht in jeder version aber du kannst mit folgendem trick die installation auf deinem iphone vornehmen drücke auf teilen und dann auf plus zum homescreen um folie share am iphone als app zu nutzen wenn du eine watchlist angelegt hast wird diese nun auch direkt in der übersichtsseite des portfolios angezeigt damit hast du immer einen überblick über deine zukünftigen investments zu jedem watchlist eintrag kannst du eigene infotext hinterlegen indem du einfach beim jeweiligen eintrag auf diesen kleinen fall klickst und deine anmerkung einträgst neue buchung trades kannst jetzt entweder unter dem menüpunkt buchungen erfassen oder unter dem menüpunkt importer hier kannst du entweder eine csv datei oder pdf dokumente von einem der unterstützten broker hochladen möchtest du folie share mal ausprobieren findest du den link unten in der video beschreibung hat dir das video gefallen lass auch gerne ein like da und abonniere meinen kanal bis zum nächsten mal abonniere meinen kanal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020